Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Lone Star Premium Kometen. Das sind verschiedene Feuertöpfe, Kometen, Knisterteufel, also unterschiedliche Mischungen, halt eine Premium Mischung. Und ja, die gibt es jetzt alle einzeln zu sehen. Die kamen letztes Jahr auch schon. Ja, 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 ja. Also jetzt noch ein Endfazit zu diesem Premium Kometen von Lone Star. Das war wirklich Wahnsinn, richtig Wahnsinn. Noch besser als die Knisterteufel. Okay, ist dann auch noch ein Endfazit. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja.